Das ist auch, wenn so ein Ast runtergefahren ist, ein bisschen liegt, dann kann man den auch so sehen. Zeig mal, wie der aussehen muss. So, Leute, Birkenporling für Magenprobleme. Ich habe gerade solche Durchfall schon seit ein paar Tagen. Deswegen sind wir hier gekommen. Und nur mein Schatz hat die alle gefunden. Nur mein Schatz. Das ist der kann man nur, weil ich hier in die Richtung gekommen bin. Nee, weil der kennt sich aus, welcher Baum krank ist. Das haben nur kranke Birken, diesen Medizin. Ich hoffe, dass unser... Hast du auch Durchfall, Schatz? Oder nur ich? Nur ich. So eine gesunde Birke hat das natürlich nicht. Aber guck mal, da hinten sind auch wieder Birken. Da, lass uns noch weiter suchen. Diesen Pilz, wollte ich euch erzählen, kann man sammeln von September bis Januar. Hilft für Magenprobleme, Durchfall und ja, halt für Magenprobleme. Und wie macht man den? Den muss man in Scheiben... In Scheiben, Scheiben und ein Stückchen trocken. Hier, guck mal. Du bist am Steinpilz vorbeigelaufen. Tatsächlich Steinpilz. Voll vorbeigelaufen. Schön wieder gemacht. Ja, aber ein bisschen gefressen. Aber ist egal, den kann man wahrscheinlich noch trocknen. Oder? Ja, das ist ein echter Steinpilz. Schmeiß rein. Unten vielleicht abbrechen. Ja, wunderschöner Steinpilz. Oh, noch ein Steinpilz gefunden. Und die Pachnuten haben. Cool. So, hier, immer weiter. Suchen wir weiter? Ja, ich wollte da vorne gehen. Oh, mein Schatz, der findet die immer. Meine Medizinpilz. Ziegen natürlich wie immer mit uns. Ja, aber guck jetzt. Jetzt, so November, da sind noch Blätter dran. Aber einige sind natürlich verpuscht. Wir haben dann keine Blätter. Die hast du? Ja, ja, aber ich muss hier... Hier sind leider sehr viele... Äh... Bomben. Boah, ist der riesig. Boah, echt? Hurra! Hurra! Jetzt werde ich gesund. Oh, ist der schön! Jetzt werde ich gesund. Ja, den ist, da bist du krank. Hier noch einer. Hier ist noch einer. Ich bin hier auch mit Brombeeren gefangen. Hier unten ist auch noch was. Boah, was haben wir... Aber der ist, glaube ich, zu alt. Nein, nein, wir nehmen alle. Nein, nein, der ist schon vergammelt. Nein, nein, bitte, bitte. Natalja, bitte. Der ist vergammelt. Seh den ja. Schatz, die... Nein, das kannst du nicht. Da ist du da. Dann kannst du dich nehmen, der ist schon vergammelt. Du was nimmst nicht. Und der? Ja, ja, der ist gut. Da muss ich erstmal hinkommen. Naja, der ist... Ah, stinkt. Ich muss da erstmal hinkommen. Aha, der ist faul. Schatz, du bist der Beste. Wie hast du die Birke entdeckt? Ui, das ist ja schwer. Ist der gut? Der ist sehr gut. Du musst... Ja. Träba Messer buchen. Boah, zeig mal. Zeig mal. Sehr schön. Boah, wie pachne. Auch noch jung. Boah, wie pachne. Boah, wie pachne. Boah, wie pachne. Ich glaube, wir müssen hier im Januar wiederkommen. Das neue gewachsen. Warte, warte. Aber vielleicht sind da hinten noch welche. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich bin schon ein bisschen. Aber da kommt man nicht hin durch die... Tja, tja. Ich werde jetzt... Hier kann man überhaupt nicht. Ja, hier sehe ich auch keine mehr. Aber der Baum hat ihm schon welche abgegeben. Aber vielleicht hat noch einen. Schau mal. Warum fallen die Birke? Ach so, weil die vom Pilz befallen sind. Ja, die sind entweder von vorher vom Pilz befallen. War das ein Riesenbaum? Ja. Und da hinten drin? Sind da nicht welche noch? Die haben eine Batschung. Hier kann man... Ich mache lieber Video aus, weil wenn ich hier gleich runterfalle, dann werden... Da kannst du bestimmt gleich super runterfallen. Wird sehr lustig. Deshalb sollten wir da gar nicht reingehen. Aber hier ist sowas von... Komm, wir gehen lieber eine andere gucken noch. Ich zeig nur diese Dschungel. Da oben ist ein Rabe. Rabe, Rabe, Rabe von dem Graben. Und weit hoch. Ja. Ach, ich hoffe das hilft mir für den Magen. Mein Magen ist immer schwach. Ich kann nicht so gut Sachen verdauen. Und ich habe so viel gefressen. Und jetzt Probleme und habe ich schon ein paar Tage gar nichts gefilmt. Ich habe keine Lust gehabt. Ähm... Also jede Birke kontrollieren. Christian kennt sich aus, welche Birke krank ist, weil der sich sehr gut mit Bäumen auskennt. Ähm... Und dann stirbt dann. Dadurch wird das zu einer extrem... Extrem starken, bitteren Medizin. So, wir suchen... Ja. Ein bisschen bitter so. Ja. Bitter. Ja, ja. Umso älter, umso bitter. Ich wünsche euch allen gute Gesundheit. Keinen Durchfall zu haben. Dass alles bei euch... Dass der Magen alles gut verdaut. Okay. Ciao, ciao. Ciao, ciao.